Schönen guten Abend. Ich begrüße ganz herzlich die Konsulin von Mexiko, Frau Cecilia Villanueva, die Konsulin von Brasilien, Frau Maria Clara Douglas Carricio, den Konsul von Kolumbien, Christian Bickenbach-Gill, die Konsulin von Paraguay und ich weiß nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße, hier im Festival des Cine, ein willkommen sehr, 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 sehr. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseum zur Eröffnung des diesjährigen Dias de Cine der sechsten Ausgabe begrüßen. Das Festival Dias de Cine ist bereits zu einer festen Institution geworden und ist aus unserem Programm nicht mehr wegzudenken. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Pilar Mendoza, der Leiterin des Festivals bedanken. Für diese langjährige, gute Zusammenarbeit und auch für das Engagement und dafür, dass es ja immer wieder gelingt, so viele Leute und auch die ganzen Konsulate zusammenzubringen zur Mitarbeit und es ist ein schönes, wirklich gemeinschaftliches Projekt. Und es ist wirklich ein Projekt, auf dem wir wirklich sehr gut arbeiten, Pilar kommt immer mit neuen Ideen, mit vielen Inspirationen und er kann alle Konsulaten latinoamerikanischen Konsulaten von Frankfurt überzeugen. Natürlich möchte ich auch beim ganzen Rest des Teams bedanken, die sich auch überwiegend ehrenamtlich immer für dieses Festival engagieren. Ein Teil steht da hinten und sind auch noch hier im Saal verteilt. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wieder so ein vielfältiges Programm zusammengekommen ist mit vielen Gästen. Die Auswahl ist sicher nicht leicht gefallen bei so vielen guten latinoamerikanischen Filmen, die es gibt. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Abend die Europapremiere sozusagen von La Gran Promessa von Jorge Ramírez Suárez hier feiern. Er ist auch ein häufiger Gast schon bei Dias de Cine gewesen und deswegen freut es mich, dass wir heute Abend gemeinsam den Film hier sehen. Und hier bin ich sehr glücklich, dass wir heute Abend, und es ist wirklich der Titel auf europäischer Ebene, der neue Film von Jorge Ramírez Suárez. Und Jorge ist bereits ein kennengelernt und ein Invitator des Festivals. Und wir sind sehr glücklich, dass er hier ist. Also nochmal herzlich willkommen, das ganze Publikum und ich übergebe das Wort an Pilar Mendoza. Und jetzt le doy la palabra a Pilar Mendoza. Buenas noches, querido público, queridos amigos del Festival de Cine Latinoamericano in Frankfurt. Como siempre nos alegramos muchísimo de tener esta sala llena, que cada año se llena más. Ja, also einen schönen guten Abend. Wir freuen uns und so herzlich, dass wir auch in diesem Jahr dieses Filmfestival wieder veranstalten können und dass der Saal so propervoll ist. Also in diesen turbulenten Zeiten möchte ich nochmal ganz besonders hervorheben. Also nochmal an die Prinzipien unseres Festivals erinnern. Also wir, uns geht es darum, einfach die Vielfalt zu zeigen, die Vielfalt zu legen, zu lieben, der Frau oder Frauen einen Platz zu geben, der ihnen gebührt. Und also Maßnahmen des Einschlusses und des Miteinanders zu fördern. Und dieses Jahr werden wir also 14 Spielfilme zeigen, drei Kurzfilme. Und in all diesen Filmen geht es also um den Alltag oder das Leben in Lateinamerika, um Erinnerung und Geschichte. Como cada año, contamos con la presencia de algunos realizadores, a quienes les quiero dar la bienvenida. Varios de ellos están aquí. Por supuesto, Jorge Ramírez Suárez, que también le quiero agradecer, que estuvo en nuestro primer año, cuando éramos todavía más inexpertos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ja, also und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Regisseuren zu Gast sind. Und ein ganz besonders herzliches Willkommen an Jorge Ramírez, der war ja schon bei unserem ersten Festival zugegen und da waren wir noch als ganz kleine Anfänger und jetzt ist er wieder da. Este año, además, tenemos una maravillosa coincidencia y es de tener a un realizador, pero sobre todo a un escritor, Rodrigo Rey Rosa, que está aquí atrás, a quien pudimos invitar gracias a la cooperación con el Instituto de Rumanística de la Universidad y el Profesor Ispila. Mañana veremos su documental y podremos discutir con él también. Ja, und ganz besonders freuen wir uns und es ist auch ein wunderbares Zusammentreffen von Film und Literatur. Wir begrüßen also ganz herzlich Rodrigo Rey Rosa, er wird seinen Film oder die Verfilmung einer Geschichte vorstellen und dann anschließend auch darüber reden. Und dass er hier ist, ist also auch der guten Zusammenarbeit mit dem Romanistischen Institut der Goethe-Universität zu verdanken und mit Prof. Roland Spiller, der ebenfalls hier sitzt. Ja, also auch noch ganz herzlich, der Kolumbianische Filmemacher, Javier Gutiérrez und dann Greg, er kommt aus New York und die beiden werden also am Sonntagabend ihren Film vorstellen. Finalmente, esperamos el domingo también Andrés Clarion de México con su película Hilda. Und am Sonntag erwarten wir außerdem noch Andrés Clarion mit seinem Film Hilda, Spielfilm Hilda. Ja, und leider kann er heute nicht kommen, weil er in Berlin noch sein, so im Rahmen eines Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung, seinen Film vorstellt, mit der wir auch zusammengearbeitet haben und die sein Kommen ermöglicht hat. Und abschließend noch ein ganz, ganz besonderer Dank an Natascha Gikas, die Leiterin hier, dieser Begleiterin dieser Filmwoche. Und ich gebe also den Dank zurück, also die Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren, die war wirklich toll. Und natürlichen die Por supuesto, unsere Patrocinadores. Este año tenemos una bonita pantalla en la que no tendré que leerlos todos, aunque es bueno leerlos siempre. Kulturam, Amp for Multiculturelle, Angellegenheit, Hessenfilm. Por supuesto, los consulados. Quiero hacer un especial agradecimiento a los consulados. Este año tenemos a México, Colombia, Embajada de Consulado, Brasil y Chile, pero quiero recalcar que cada año siempre hay apoyo de un nuevo consulado, de otro consulado, Argentina nos ha apoyado, Perú nos ha apoyado. Si no están aquí, es también el programa que siempre es difícil seleccionarlo, pero en general hemos tenido un apoyo firme de los consulados en Frankfurt. Also hier, wenn Sie also auf die Leinwand blicken, da figuriert also auch die ganze Liste der Sponsoren. Ich muss sie also nicht alle nochmal einzeln aufzählen und erwähnen. Trotzdem doch nochmal ein ganz spezieller Dank an die lateinamerikanischen Konsulate. Und da gibt es eine wechselhafte Unterstützung und das hängt also auch mit dem jeweiligen Programm zusammen. Also dieses Jahr sind es Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Chile. Pero otros años ha estado Argentina, Peru. Und in anderen Jahren war es halt Peru, Argentinien. Wie gesagt, es wechselt. Bueno, eso es, también tenemos otros sponsors, Colombia Viva está este año, el Hotel Goldman, Camino. Ustedes van a tener un excelente catering al final de la película. Finalmente al equipo maravilloso de Días de Cine. Me alegro muchísimo. Son mis amigas, mis compañeras, mujeres poderosas y que hemos estado juntas construyendo este festival. Muchas gracias. Y a ustedes, público, disfruten la fiesta del cine. Ja, und dann gibt es auch noch zwei neue Sponsoren, also Hotel Goldman, dann hier Camino Momento del Café. Die haben also auch im Anschluss an den Film ein wunderbares Catering-Buffet vorbereitet. Können sich schon darauf freuen. Und natürlich möchte ich das Team nicht vergessen. Also das sind alles meine Freundinnen und wir haben also gut und erfolgreich zusammengearbeitet. Herzlichen Dank. Jetzt das Wort an Frau Konsul von Mexiko. Guten Abend, ich werde es kurz machen. Buenas noches, voy a hablar rapidamente, para que ya podamos ver la película. Solamente agradecer a Natascha de Gishkas del Museo y a Pilar Mendoza y todo su equipo, que han hecho posible este Festival durante seis años. Vielen Dank a Natascha Gishkas vom Filmmuseum und a Pilar Mendoza und all das Team, das dieses Festival über sechs Jahre ermöglicht hat. Und ganz speziell natürlich an Jorge Ramírez Suárez und seine Familie, die uns heute begleiten. Vielen Dank, Jorge. Und natürlich auch an die Schauspieler und an einige Mitglieder der Crew, die uns heute Abend auch begleiten. Muchas gracias a los miembros del Team de Filmmuseum y a algunos actores que nos acompañan esta noche. Y también invitarlos el domingo a la película que ya había anunciado Pilar. Und auch den Film für den Sonntag um acht Uhr, nein, sechs Uhr, sechs Uhr, achtzehn Uhr, Andrés Clarion Hilda. Muchas gracias. Ah, después de la película va a haber la oportunidad de conversar con Jorge Ramírez aquí al frente y vamos a ofrecer unas margaritas y unas bebidas a nombre del Consulado de México. Gracias. Guten Abend, buenas noches, ya se quieren ir, ok, váyanse. No los vamos a dejar. Pues sí. Bueno, es una alegría para el equipo de Días de Cine saludar a Jorge, un viejo amigo del Festival. Gracias. Y aprovecharemos entre quince y veinte minutos para conversar brevemente sobre algunos aspectos de la película. Quizá para calentar mientras van decidiendo qué pregunta van a hacer, pues hagámos la masoja y es que nos cuente cómo surge la idea de hacer esta película y cómo logras esta producción. Bueno, vamos a hablar en español para que ella traduzca, porque si no hablo en alemán, entonces ella no traduce. Ok. Bueno, primero que nada, antes de contestar quiero agradecer aquí hay mucho crew. in allem ist Klaus Sprenger Julian Prevost Carmen Vettorius Robert Hertel Tobias also sind hier eine ganze Menge Deutsche die auch in dem Filme mit gewerkt haben ich will sie jetzt einfach heben sie alle mal den Arm Melanie Melanie, also die alle hier heute Abend auch gekommen sind um sich den Film anzuschauen ja, sollte ich noch jemanden vergessen haben also entschuldige ich mich esta historia surgió con Klaus Bense que es no pudo venir el día de hoy es un escritor de Amsterdam amigo mío, cineasta y hace muchos, muchos años mucho antes de que yo hiciera Guten Tag Ramon él me dio esta idea y la trabajamos juntos durante muchos años also die ganze Idee zu dem Film die entstand mit meinem Freund Klaus Bense er lebt in Amsterdam wir haben dann so jahrelang also dieses Projekt ausgeheckt auch immer wieder darüber geredet leider ist heute Abend nicht hier y bueno son cinco países seis y sumamos London que es no hicimos la música es una producción muy pesada muy difícil ja die Produktion die war ja auch nicht ganz so einfach weil wenn man also noch London mit einschließt also wo ja auch die Filmmusik ja eingespielt wurde dann sind insgesamt an diesem Projekt sechs Länder beteiligt y bueno eso hace un poco la logística complicada y bueno es una película que que yo quería hacer mezclando géneros ja und also die Logistik bei diesem Film war sehr schwer ich wollte in dem Film auch ja so mit den Gattungen spielen mehrere Gattungen miteinander vermischen tiene Drama Comedia Aktion Thriller tiene tiene todos los Géneros also sind eigentlich alle Gattungen vertreten also Drama Tragödie Thriller Action Film lo hice a propósito no fue que así me salió ja und das war also schon mit das habe ich in voller Absicht getan das ist nicht so als ob das einfach so rausgekommen und entstanden wäre y también mi intención era hacer una película para un amplio público ja mir ging es auch darum also einen Film zu machen für ein breites Publikum pero con temas importantes con temas como la Fotografía also aber schon mit wichtigen anspruchsvollen Themen also wichtig war mir die Fotografía ja wichtig war mir die Fotografía danke y la paternidad ser padre ausente ser hija ausente ja und dann auch die Vaterschaft also einerseits abwesender Vater aber auch abwesende Tochter y toda esta Constellación también de ver a México y a los mexicanos sin sombreros y sin tequila tequila y tequila 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 pero si todo pueden hacer preguntas entonces mikrofon abierto ja ja Was ist der Grundstück der Person, der so stark in der Leben deines Protagonisten so stark ist? Also darf ich dich mit Uan reden? Ich möchte auch gleich zur Sache kommen. Wie ist denn überhaupt diese Rita in dem Film aufgetaucht? Es ist ja eine sehr starke Figur mit einer beeindruckenden Präsenz. Es ist ein Person, der für mich sehr wichtig war, um zu contrastieren, mit der Tragedie von Sergio, desparpajado in otro tono, completamente irreverente. Und sehr lecker ist es der Reverso der Medaille von Sergio. Ja, mir ging es also mit Rita vor allem auch darum, eine Kontrastfigur zu Sergio zu schaffen, zu Sergio und seinen Tragödien. Und Rita, die hat ja sowas völlig Respektloses, Unbekümmertes, Unverschämtes, redet auch auf einer ganz anderen Ebene. Und mir ging es einfach dazu, einen Kontrast zu schaffen. Und es ist eine Metáfora, dass eine Person, wie so eine andere Person, eine Frau, eine Frau, obwohl sie ihn nicht will, und obwohl sie ihn nicht will. Sie hilft dir in diesem Traum, wieder zu sein Vater zu sein. Ja, und so auf der metabolischen Ebene gesehen, hilft sie ihm ja, und einfach weil sie so die Gegenfigur ist und innerlich so weit von ihm entfernt ist, wieder Vater zu sein. Also vielen Dank. Also, mir hat diese Person sehr gut gefallen. Die ist ja auch sehr gut gelungen. Am Anfang dachte ich, was soll die denn da, aber dann habe ich mich doch sehr mit ihr angefreundet und fand sie gut. Vielen Dank. Also Jorge, ganz vielen Dank. Mir hat also auch für diesen Film, mir hat also auch die Rita sehr gut gefallen, sehr gut gefallen, auch als diese Kontrastfigur. Aber ich möchte doch nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar also auch auf diese Figur des Kriegsfotografen, des Kriegsreporters. Das hat mich also auch an die Romane von Jorge Pérez Reverte, Arturo, Entschuldigung, erinnert. Und ja, wie kamst du zu dieser Figur? Ja. 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 Wie war das ganz wichtig mit den Fotos? Ich habe ja also auch nicht nur das Foto gezeigt, sondern also davon ausgehend auch verschiedene Überlegungen angestellt. Wir leben in einer Welt von Bildern und von einer Fülle und Flut von Bildern. Es ist wichtig, dass solche Fotos gemacht werden, aber was bewirken sie eigentlich und welche Veränderungen lösen sie aus? Und sind sie letztendlich zwar notwendige Fotos, aber bewirken zu wenig? Also all diese Überlegungen wollte ich mit dem Film auch transportieren. Drei Minuten. Ja. Ja. Zummer, mein Name ist Carmen Gloria Aranzidia. Ich bin Chilin, ich bin seit 1976 in Frankfurt und als ich meine Spanien på Spanien auf im Universität Popular in FAUJAES-MIT, Ich spreche mit einem Buch, den Thema der Immigration in Mexiko. Es ist sogar dein Name, Jorge. Ja, okay. Für die Leute, die Leute, die sich informieren, was passiert in diesem Moment mit der Immigration in Mexiko. Ich denke, du hast eine Chance. Ja, also ich bin Chilenin, lebe schon seit 1976 in Deutschland, arbeite an einer Volkshochschule und habe also in meine Kurse auch deine Arbeiten integriert. Also mir ist das Thema Migration ein sehr wichtiges Thema. Das ist eine erste Sache. Zweitens, ich schreibe für Le Monde Diplomatique eine chilenische Version, Artikel. Und ich möchte mich sehr informieren, in diesem Moment, über die Situation der Immigranten in den USA oder der Mexikaner, die in den USA leben können, nicht nur wegen der Arbeit und finanziellen. Also ich schreibe außerdem für die chilenische Version von Le Monde Diplomatique. Und aus diesem Grund interessiere ich mich auch sehr für die Situation der Mexikaner, die also heute in den USA auswandern, überhaupt für das Thema Migration. Ich glaube, ich glaube, das Thema ist, ich glaube, kann dir hinterher bei einem Tequila sicherlich noch viel zur Migration sagen. Im Moment sprengt das ein bisschen den Rahmen, nur noch so viel. Also ich selbst bin ja auch ein Migrant. Ich lebe hier in Deutschland. Aber alles später, alles weitere bei einem Tequila. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind die in den USA. Aber dann noch doch, bevor ich jetzt aufhöre, möchte ich dich noch herzlich beglückwünschen zu diesem Film, der mir also sehr, sehr gut gefallen hat. Wir sind die in den USA. Bravo. Wir sind die in den USA. Wir sind die in den USA. Wir sind die in den USA. der in den USA mit dem Mexik-Ferberf Turkish-Ferberfekt. Und ein lindo das Gespräch, die wir auf dem Konsulat, und wir haben mit dem Transfer nicht besonnen. Vielen Dank. Und wir können mit Jorge-Ferberfekt sprechen, dass wir ihn hier präsentieren. Vielleicht ist das ganze Gespräch auch vom Tequila draußen, der ja größtigerweise vom mexikanischen Konsulat gesponsert wurde. Das können wir einfach weiter machen, im informellen Rahmen. Dankeschön. Danke.